Feuerriot zusammen und alle herzlich willkommen zu einer neuen Runde von League of Legends, hatten wir schon länger nicht mehr. Heute mit dabei ist allerdings der Sora, der Aqua, der Blufox in der Uni. Ich bin Baloui und spiel Urgott auf der Top-Line. Und ja, ich bin Baloui und bin stolz auf mich. So. Und ja, das ist schon unser zweiter Versuch. Wir hatten vorhin schon mal eine Runde und da gab es nur irgendwie Disconnect bei den Gegnern. Das war toll. Eine Minute gespielt. Ich habe First Blood gemacht. Weißt du, kann ich ja jetzt viel behaupten. Da könnt ihr einfach sagen, Baloui labert nur. Der und First Blood bla bla bla. Aber wirklich. Und dann haben die halt aufgegeben. Nachdem ich First Blood gemacht habe, haben die aufgegeben. Hallo. Gar nicht wahr. Ich habe was gemacht. Ich wusste, dass er so endet, wenn ich das wieder so erzähle. Hast du euch ein bisschen? Manchmal? Ja. Ich will in ihre Augen sehen, wenn die Hoffnung in ihnen erlischt. Ja, stimmt. Und ihr hattet First Blood gemacht für die Gegner. Nein, ich habe First Blood gemacht. Ich habe den Gegner... Nein, ist auch egal. So, dann gucken wir doch mal. Wen habe ich oben? Wen habe ich oben? Ich habe nicht aufgepasst. Misty Tech Nasus. Ah, stimmt. Nasus hatte ich. Piu. Einfach nicht farm lassen. Nö, lass ich auch nicht. Keine Sorge. Ärgere ich ein bisschen. Piu. Piu. Sag mal, Kollege Nasus, bist du ein bisschen dumm oder so? Ich habe Angst. Komm her. Ich zeige dir, was eine Lunte ist hier. Au. Run, Baby, run. Na, das hat schon Flash verbraucht. Sehr gut. Nein, ich wollte. Ich könnte doch jetzt nicht mein First Blood schon wieder klauen. Oh, ich hasse euch. Hab ich aber beim letzten Mal. Ja, ja. Ich bin mal eingebildet. Warum heißt nur er? Siehst du? So, ich hätte jetzt First Blood gemacht und ihr habt mir nicht mal die Chance dazu gegeben. Nee, gar nicht. Ich hätte... Ihr seid so doof. Das war mein First Blood ja viel versaut. Der nicht. Was ist los hier? Hallo, Oli. Hä, wie könnt ihr denn jetzt schon auf Blut raus... Alter, ihr Bein da oben. Ihr seid unten. Da unten. Wer ist der Adi und wer ist der Supporter? Macht das mal einen Unterschied bei den Beinen. Oli. Ach, er spielt die Laui. Ach, hallo, Oli. Nee, Peik. Peik. Ich hab einen Taktik aus dem Baum. Laui hab ich gebannt. Run, Boy, run. Ja, gut, wenn du schon wieder aus dem Maul wirst, bitteschön. Ja, ich dachte, ich hier direkt stand und dann nochmal weghauen. Dann war halt gemeint, da können wir uns hoch. Ja, der hier oben hat auch schon wieder gedacht. Ja, was, dann fehlen wir jetzt halt drauf. Bist du da? Ja, komm. Hm, dann bist du ja ein bisschen risky hier, der Kollege. Ja, komm nicht mal ganz dran. Kommt du noch dran? Kriegst du? Nee. Fertig. Da, sind wir jetzt mal weg. Hä? Geht nicht zurück. Vorsicht, Oli. Die spielen ja ein bisschen unvorsichtig hier, unsere Freunde. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Da will ich in den Tower was heines locken. Dann geh ich halt wieder. Auf jeden Fall wird der oben jetzt sich wünschen nicht mehr. um hier gelebt zu haben, glaube ich. Und Balou ist wieder da. Hallo. Überraschung. Und ich habe schon was mitgebracht. Das traust du dich nicht wirklich, Kollege, oder? Ah, nein, doch. Er traut sich doch. Okay, jetzt weiß ich warum. Na, 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 na. Wolltet ihr nicht machen. Das traut ihr euch nicht. Ich bin mal in Kauf. Hat ihr dich gesehen, Uni? Hm, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Die kommt wieder hoch? Nee, ich glaube, die hat nicht mich gesehen. Na, 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 komm. Auf den Weg. Geht nach unten vorweg. Da hat ein Wort gesetzt auf unten, Uni. Und die eine, Diana geht zu euch. Und wir müssen aufpassen. Okay. Warum geht das jetzt gerade hier nicht? Ich habe nichts gesagt. Haben sie gebrutzelt, alle beide. Er ist wieder bei mir zurück. Also, Uni, wenn du mal bei mir invadesest, unten hat sie ein Wort gesetzt. Die Ulti ist halt schon nice, wenn er so low ist und in mir her rennt. Sie aber schuld. Schadoni hätte gerne gehabt, dass du länger gelebt hättest. Ah ja, die Gold-Säcke hier. Was ist los? Ich habe schon 400 Gold durch Klepto gekriegt. Oh, nice. Ein bisschen Glück muss ja auch mal sein, ne? So, dann gehen wir jetzt mal nach Hause, würde ich sagen. Also, der Nase liegt drei Level hinter mir. Ich glaube, der hatte noch nicht so viel Farben. Ich hoffe, das ist okay, wie ich das gerade mache. Ich hoffe, wo der Druck. Ach ja, aber jetzt muss ich laufen. Laufen, 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 laufen. Oh, ihr werdet da unten gegankt von Wii. Oder auch nicht. Wir gucken uns das mal an. Sora macht. Zack, Ulti tot. Oh nein, doch nicht. Hat du Angst? Ja, ich habe keine Ulti. Ach so. Du hattest noch nicht mal deine Ulti und die macht dich schon die ganze Zeit, okay? Okay? Dann habe ich ja noch die ganzen Kills. Ich weiß nicht, dass man erst ab Level 6 sein will. Doch, weiß ich. Ich wollte es nur nicht, ich habe ja so mega schnell gelevelt. Das hat schon ein bisschen was anderes als normal, so. Oh, schade. Nein, du laufst jetzt nicht weg, Kollege. Komm her, bleib hier. Das Ding ist jetzt oben, Uni. Zack, kaputt. Ich bin aus Versehen, habe ich ihn wieder getötet. Nein. Die mag es nicht. Echt nicht aus, nicht extra passiert. Also der Nasus hatte keinen Spaß an mir. Die setzt zurück, ich sehe sie heute nicht. Ich befürchte, die werden gleich relativ schnell aufgeben. Ja, der bringt jetzt nichts. Die hat sich nicht reingezogen. Tag, 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 tag. Ich werde jetzt sonst auch geäht, aber wenn du das so machen willst, bitte. Der hat auch schon keine Wüste mehr, scheint. Na ja, kann man wohl ein bisschen verstehen gerade, ne? Ja. Die unterliegen uns nur ein bisschen. Ja, die hat das aber gut gemacht. Mein Plating. Ist gerade etwa eine Ulti gezündet, wusste schon, dass ich dann wegkomme davon. Ja, ja, hab mal ruhig deine Ulti an, das ist mir doch egal. Wie lange hält seine Ulti eigentlich? Auch nicht für ewig, ne? Na ja, komm, bleib hier, komm. Nicht weglaufen. Die Chance hat mich gerade angeschrieben. Wo ist eigentlich der Jung, da? Ist der auch noch irgendwo, oder hat der auch keinen Bock? Ja, bei uns. Ach so. War schon zwei, drei, viermal bei uns. Na, das geht eher unten, sonst bin ich es irgendwie gewöhnt. Ja, einmal war sie oben, aber... War nicht bei rumgekommen. Dass der Jungler mich mal in Ruhe lässt. Ich hab Spaß mit der Mitte. Mitte ist jetzt nicht da. Kann sein, dass sie woanders hingegangen ist jetzt gerade. Frage ist nur, ob sie auch Spaß mit dir hat. Ach, die Mitte ist bei mir, okay. Ja. Jetzt bin ich an den unten. Oh, hier sind drei, okay. Okay, anscheinend bin ich zu viel wert. Ist mein Teleport wieder ready? Ah, sie kommen aber jetzt zu mir was her, ne? Ich hätte auf den Tunnel auch immer... ... den V-Funkern können. Na gut. Oh. Egal. Passt. Das läuft doch hier ganz gut, finde ich. Dafür, dass ich... Also... Kann mich eigentlich gar nicht beschweren. Muss mal vorsichtig ausdrücken. Der Gegner vielleicht ein bisschen. Tut mir auch ein bisschen leid für ihn. Aber euch da unten sieht nicht besser aus für die Gegner, richtig? Ja. Bist du wirklich? Bist du wirklich? Tut mir auch ein bisschen leid. Wieso macht ihr die da unten so weg, Mann? Warum nicht? Das spiel nicht einschätzen können. Hm. Oh, die Sonne lebt nur bis mit dem Blow-Lifer, sie jetzt hat immer noch verloren. Das ist leider keine Ulti. Na gut, Tower live. Tschüss. Müsst ihr hier holen, oder? Sorry. Die Ulti von Diana ist viel, glaube ich. Da hattest du die Probleme jetzt immer. Ich mach da mal den Tower, wenn das euch für euch genehm ist. Ich mach doch nicht den Tower. Aua, aua. Aua, aua. Oh, nee, wollen wir nicht den Tower unhauen? Ja, passt. Dann können wir. Dann können wir vielleicht ein paar Dinger runter in der Tat. Tada. Hoffen wir, das war okay so. Weg, weg, weg. Hat das noch Zeit? Ich will nicht, dass wir angehittet werden. Das ist natürlich mies, wenn du so Leute hast, die vielleicht gerade das erste Mal LOL spielen, wo ich die jetzt nicht gerade einstufe für. Und dann kriegen die so aufs Maul. Nicht weglaufen, dieser Kampf, bei dir. Ach, komm. Oh, hat sie geflasht. Weitergelaufen. Oh, hat sie geflasht, ey, Mist. Ja, tut mir leid. Warum ist sie nicht weitergelaufen? Gemeinheit. Schau mal hier den Champion. Rot ist wieder oben. Allein, habt ihr gehört? Ja, ja, wir machen mal so weiter. Dann kann man beteiligen, ne? Pew, 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 pew. Kann ich nicht wegschubsen, der kann ich nicht. Pew, 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 pew. Ja, gut. Dann gehen wir mal, würde ich sagen, in der Mitte. Mach den Mittel weg. Weil ich zünde den hier aus der Schuhe. Kommt nach oben. Sorry. I don't care. Nee, hat sie nicht gemacht. Hat sie nicht gemacht, oder? Hat sie gemacht. Blöde Kuh. Sie hat meinen Herald abgebrochen. Nee. Unfassbar. Hallo. Ich hab besucht. Oh nein, nein. Ich bin auf der anderen Seite vom Jungle. Hallo Nasus. Pass auf, der kommt dir irgendwo entgegen, der Nasus. Ja, ja. Ich hab die Vita hier unten gesehen. Wo ist er hier drin? Ich bin nach oben gegangen sein. Wo ist er hier drin? Wo ist er hin? Ja, frage ich mich auch. Wahrscheinlich nach unten weg. So ein Feichling. Oh, was? Wie ist denn da hin? Hier in der Mitte. Vorsicht. Ich wusste nicht, dass die Tanten stun hat, um meinen Herald abzubrechen. Echt so ein bisschen traurig. Ja, auch mit deiner Ultis. Mit einer hier relativ rumpe. Oh mein Kollege. Begriff. Ich hab' die Ulti von der Olli. Ich hab' die Ulti von der Olli. Ja, nein. Okay, dann müssen wir uns. Gehen wir? Olli? Holen wir uns? ja noch müsste hier sein mein blubber was man eben brauche aber ist egal ach die jetzt meiner ich gehe mal hinkaufen ich gehe drauf ich gehe einkaufen sehr entspannte runde gerade das haben wir eigentlich so oft bei euch da unten so schlimm ohne die sehen ich bekommen hat die scheint die einzige wie gut ist zu sein das war deine und die auf den drachen angewendet ist richtig gesehen ja ich kann exekuten kann gerade ach so und dann läuft irgendwann aus der arme nase ist der ist sowieso schon wie das packt hat auch mal komische items kommt der hat der hat gar keine schnitte gegen die ganze zeit nur unterlegen ich war nur Piu, 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 Piu. Geh hin. Ich könnte leider gerade nicht mehr machen. Nein. Hey, erinnern Sie mich nicht mehr. Oh, der ist schon wieder da. Hallo, Nasi. Nasi, der Nasus ist da. Oh. Hoppla. Ja. Was macht der denn da jetzt gerade, hä? Was glaubst du wohl, was da jetzt passiert? Ja. Weil jetzt kam jetzt irgendwie überraschend. Oh, schade. Schade. Also eigentlich macht es doch bei, wenn ich die Passive hier sehe, Sinn für Urod jede Menge Leben zu kaufen, oder? Weil seine Passive macht doch, je mehr Leben ich habe, desto geil der ist zu fahren, oder nicht? Das ist doch schade. Ich würde da klappen können, aber die sind genau in dem Augenblick natürlich weg. Ich bin leider kein Vorwort-Profi, ich kann ja das nicht so... Kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube nicht, ich bin hier immer hier weg. Sechs Prozent des maximalen Lebens... Achso, vom Ziel. Nee, okay, hat es gerade erledigt. Ja, sind Sie noch da? Ich stehe unten kein Vorwicht-Uni. Oh, ich krieg Besuch. Oh, ich krieg Besuch von ganz vielen Leuten. Okay. Ich krieg mich hier unten, alleine. Hier sind alle, ich bin da weg. Bist du da? Au. Ja. Wir sind ein paar zu viele. Können wir das noch machen, bin gleich da. Okay, okay, warte, warte. Kommt drauf. Okay. Ich bin da von denen, werde ich wohl kriegen. Okay, okay. Lass uns hier unten holen. Ass, zu zweit? Haben wir gerade zu zweit einen Ass gemacht? Nee, Katelyn fehlt. Oh, fies. Ja, Katelyn war hier unten, ist wahrscheinlich jetzt gerade noch rumgegangen. Ich bin da nicht wirklich tanky, ne? Ja, Katelyn ist hier bei uns. Okay. Die chillt ihr Leben, sehr schon. Ja, ja. Gut. Piu, piu, piu. Okay, sie sind wieder da. Ich würde sagen, wir hauen ihn mal ab. Oh, er hat seine Ulti gezündet. Die Arme. Ärger ihn nicht so. Ja. Er kann auch nichts dafür, dass er dumm ist. Nur Sora will den ärgern. Ja, Sora macht jetzt Ulti, Ulti, Ulti. Ach, nee, doch nicht. Er macht nur eine Ulti. Na gut. Keine Ahnung, ja Gott. Sora, der hat also nichts mehr wert, ne? Da kriegst du noch 100 Gold für. Da kannst du auch einen Canyon Mini für nehmen. Ich denke, Sora ist tot. Ja. Meine Einschätzung war nicht ganz verkehrt. Ja, das stimmt wohl. Wo ist denn das Ding, was ich da gerade sehe? Was macht das? Okay. Ah, die kriegen... Aber sie geben nicht auf, ne? Also 20 Minuten um und die haben noch keinen Bock aufzugehen. Da kann ich schon viel ausrichten. Wie viel hat die denn? 671. Auch Leute, muss das jetzt hier sein? Die haben dich wohl gefressen. Zum Gressen, die haben noch... Mitte zusammen lassen, oder? Geh mal runter zum Drachen. Ne, die kommen vor allen Dingen jetzt. Lassen wir ihm alle Drachen machen. Ja, deswegen lieber zusammen. Mehr Drache, süß. Äh, ich kann die Kommung gerade mit so einem Tag. Also, so schnell, wie wir den Drachen weg haben. Die haben halt gerade... Wer hat denn das Bonus-Kopfgeld gekriegt? Okay. Okay, okay. Nicht weglaufen. Irgendwann kriege ich schon von mir. Aber ich bin... Also, paar fiese Execute-Rates. Mhm. Na, ich guck mal, ob ich den Inhip oben kriege. Weil die gerade alle unten sind. Guck mal, ob ich bis dahin denn da bin. Keine Ahnung. Ah, da sind schon Kate nennen. Da sind schon wieder alle. Da sind schon wieder alle. Na, ne. Als ob ich sie hier irgendwie im Supermarkt gekauft hätte. Einmal alles zum Mitnehmen, bitte. Der arme Nasus. Der hat halt echt keine... keine schöne... kein Spaß mit mir. Ich mach mal ein Inhip kaputt. Hallo, Tore. komme ich will weg na gut hier unter dem tower noch mal da haben sie spaß als polen offen jetzt mit bernhaus wollen wir dennoch machen lohnt sich doch gar nicht wer ist baron kennst du ja mal weil sie doch nicht so nett hat er nicht mal ein item fertig ja und dann noch die falschen triniti ist ja basic die ok aber das bfv da gibt es nicht wir sind er arbeitet er dran was nicht schlimm kann so ich haben habe doch kein problem mit also kein bern ich habe die gerne gewonnen sie ist weggeflasht von mir so war wir kommen wir nur töten und ich will hier gewinnen und nicht nur da habe ich vielleicht ein wenig unterschätzt eventuell auch mal sinnlos rein immer dies weglaufen wieso fest nein meine ulti geht nach russland ok das war nicht geplant dass mein hause weggerutscht ich geh mal weg oh nasus my friend nasus my friend hey 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 nicht weglaufen hey nasus komm her komm na gut ich kann auch noch wegrennen ja da wird vielleicht immer zeit dass ich wegkomme die zone ulti daneben nein 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 aua fies na gut wenn er das überlebt ne Moni komme zum drake drake? Dr. Barron? Dr. Barron? Dr. Barron? Dr. Barron? Dr. Barron? ok gönnt ihr mir nicht dass ich das überlebt habe? Ihr seid so gemein wie könnte man mir irgendwas in meinem leben gerade mit half life die haben keine chance wollen gegen die ganzen minions durchhalten jetzt sowieso schon mal gar nicht mehr das war's gg würde ich sagen in der zeit noch hier fertig jana breit mal hier kann man ja kann ja gut ich muss noch mal maschinen wieder machen pio 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 maschinen und unser wort heute baut weiß ich auch nicht So, Tower 1, Tower 2, Ende Gelände. Nein, Diana, komm doch mal her, komm doch mal her, komm. Nicht von mir weglaufen her. Haben sie geslaut? Ach, viel. Nein, ich wollte noch die Runde. Ah, wie, wie, wie. Ja, Leute, das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet so genauso viel Spaß wie viel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bleibt schön feurig. Ciao. Bis zum nächsten Mal.